Ja, wunderbar, mein Chat geht mal eben flöten. Aber, das ist nicht so schlimm, den krieg ich gleich wieder. Jetzt muss ich mal eben mein Handy nehmen und das erstmal übergangsweise, bis ich den, ey, oh Mann, ich hab mein Ladekabel hier, bis ich das Tablet dann wiederkriege, weil das Problem ist, dass der Chat auf dem Handy echt scheiße zu lesen ist. Muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. Und deswegen hab ich das unheimlich gerne auf dem Tablet. Oh nein, das war wieder einer zu viel, Mensch. So, zurück. Jetzt. Aha. Aha. Oh, ähm. Wo waren wir denn stehen geblieben jetzt eigentlich? Bist du schon ingame? Ja, ich bin schon ingame. Bei mir wirst du ingame nicht angezeigt. Hä? Bei mir zeigt er, dass er auch schon, dass du die Kontrolle über deine beiden Figuren wieder hast. Ja, bei mir, bei mir hab ich, okay, jetzt nicht mehr. Gerade eben hatte ich Kontrolle über alle Charaktere. Vielleicht, weil ich mich nicht bewegt hatte. Äh. Egal, jetzt ist es geklärt und es läuft. Super. Äh. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben, glaub ich, zuletzt alles im Druidenhain gemacht. Da, ja, stimmt. Wir sind aus dieser Goblinhöhle rausgekommen. Genau, genau. Wirklicherweise sogar entdeckt haben beim Rausgehen. Ja, und ich würd' einfach sagen, wir würden jetzt Richtung diesem Gefianki-Encounter gehen, damit wir da einmal kurz den Charakter wechseln können mit ihr, ne? Damit wir das komplett erledigt haben. Oh, Wechsler, wir sind vier, drei, oder? Ja, wir sollten drei sein. Ja. Dann kann man das ehrlich schon tun. Ja, Stufe drei sind vier. Wir können natürlich auch erst, wir können, wir können auch, wir können auch erst in das Goblin-Dorf gehen und von da aus dann entscheiden, was wir machen. Genauso haben wir noch das Moor, äh, oder den Sumpf, den können wir noch rein. Ich weiß ja nicht, welches, was dir lieber ist, als erstes. Wir haben auch diese Hop-Goblin-Ecke da, oder die, das, das brennende Haus. Aha, ja, ja, das ist alles auf dem Weg zu dem Dingens, richtig? Richtig. Zu den, äh, wer hessen Sie? Gefianki? Zu den Gefianki, genau. Ah, ich glaub, ich würd' am besten dann mit dem Goblin-Dorf anfangen, das ist ja relativ straightforward in der Nähe. Ja, das ist ja gleich hier vorne ums Eck, ne? Wir müssen uns da zuerst hingehen. Was ist denn hier oben? Oh, die Treppe, bin ja auch gar nicht lang gelaufen. Das ist ein Lager, ne? Warte mal. Hier oben war ich, glaub ich, noch gar nicht. Gut, dass der immer nur einer zur Zeit hochgehen kann. Oh, das ist noch ein Apfel und verdorbene Sirup-Tüte, scharfe Würstchen. Ich hab erst gedacht, dass wir in der Fernseher so eine Viper oder sowas, aber, oh, das war irgendwas Grünes. Nettlas hat eine Harper-Sigel. Warum waren sie hier? Eine Hafnerin? Ähm, du, das ist in der Kette, die macht Guidance. Ha! Möchtest du die haben? Ich hab den Cantrip ja eh schon ausgewählt. Ähm, weil dann hast du den Cantrip auch. Komm ich ja vorne hin und such diesen Stein. Ja, hab ich vor. Auf der Rückseite liegt ein Bag, mit Spidern. Ein schnitzender Gold-Koing, der aus ihrer Mund schlägt. Okay, ich werde mich auf den natürlichen Rhythmus der Spinnen einstellen. Die Kreaturen klatschen die Pauze possessiv. Gut, dann probieren wir, wenn die Druiden hier mit Tieren umgehen, sanft mit den Spinnen sprechen, in der Hoffnung, um sie zu beruhigen. Mal gucken. Ziel ist fünf. Das sollte ich schaffen. Uh! Ich hätte es nicht sagen sollen. Es hätte auch so böse ins Auge gehen können gerade. So, wir greifen mutig nach dem Beutel. Stasch die Bag. Ich muss mal ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Weil meine Hauptzuschauerin hat mir gerade geschrieben, dass die Ausnahmsweise mal nicht sofort kommen kann. Das bedarf natürlich Klärung. Ome, die Kiste hast du schon gemacht? Ja, da war ein bisschen Gold und eine Silberkette drin. Achso. Aber hier oben war das hier oben schon immer? Schon länger. Okay, dann habe ich das immer übersehen. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall schon mal war. Dann habe ich das immer übersehen. So, das muss ich da mal eben... Das ist ja, wenn man so nebenbei zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Ich muss ja da mal eben das schreiben. Ich gehe auch gerade noch ein Stück vor, damit ich die Leitern schon frei mache. Ja, genau, genau, genau. Ach, hier oben ist sonst nichts. Ja, gut, das kann man aber auch schnell übersehen, ne? Jupp. Das finde ich aber schön so. Jeder Spieldurchlauf, man entdeckt man immer wieder was Neues. Ja, das hat man ja auch gesehen, als wir beide das erste Mal so ein bisschen später haben. Das ist eine Haus zum Beispiel, hast du ja zum Beispiel gar nicht gesehen, ne? Sagtest du ja, dass... Ja, mir hat viel gefehlt. Das Yankee Encounter kannte ich noch nicht. Das brennende Haus fehlte. Ja. Ähm, ja. Ja, in welche Richtung denn nach Westen, ne? Also hier runter. Ich glaube hier hoch. Entlang. In den Wald. Ja. Und dann links rüber geht's. Ach, guck mal, hier ist das, hier ist das ausgesorgte Wildschwein. Strange. Es sieht gesund, aber es ist tot tot. Ja, ich habe die Katz hin dafür gerade. Ja, warte, ich komme da rein. The pig's dead, Mike. Come on. We'll never fix these brainworms if we stop and gorg at every piece of carrion you find. Eine 7 als Target. Ah, ne 5. Ja, boi, Fischbohn. The ball seems to be fresh. Only a few hours dead. But you can't find any sign of a wound. See? Nothing. Come on, we're wasting our time. Ach ja, der schreibt ja gerade, ja, moin, Werbung. Da musst du einfach vorbildlich sein und subscriben. Da hast du auch keine Werbung mehr hier. Ach, da ist Werbung. Ja, sehr schön. Ich bin Werbung. Ja, bei mir ist jetzt... Ja, als Affiliate ist das doch super. Aber ich glaube, das hat auch hauptsächlich damit zu tun, weil ich halt ein Spiel jetzt gerade streame, was mitten im Trend ist. Neues. Da ist jemand beigetreten. Ja, das ist glaube ich, der liebe Fischbohn. Der Witz ist halt, warum? Ah. Abonnement verschenken. Wo kann ich? Ich kann nur Abo verschenken, hier. Achso. Weird. Ah, ne, hier unten abonnieren. Ja, moin. Wann ist denn mein Prime Sub wieder da? 27. März. Musst du dir noch gedulden? Mach ich. Erstmal herzlich willkommen in meinem Stream, ne? Ja, moin. Ne, alles supi. Das ist das. Hast du gerade Werbung gesehen, oder was? Ja, ja, ja. Ja, das liegt wahrscheinlich am Spiel. Ja, moin. Vielleicht. Sag mal, ich spiele das gerade zusammen, oder wie ist das? Ja, ja, genau, genau. Und zu wie viel kann man das spielen? Zu insgesamt vier. Okay, ja. Ich sehe hier zwei. Ähm, Discord. Ja, richtig. Das ist richtig. Das heißt, es wird noch gesucht. Eventuell, kommt immer ganz drauf an, also aktuell spielen wir das zu zweit, weil wir das ganz gerne zu zweit spielen. Jeder von uns hat zwei Charaktere, die er steuert. Ähm. Ja. Ob denn mal mit mehr oder mit weniger, das hängt dann immer ganz davon ab, ähm, a, wer noch gerne mitspielen möchte und b, ähm, was denn mein Mitspieler dazu sagt. Okay. Also was habe ich jetzt gemacht? Tab ablösen. Tab stimm schalten. Ich mache gerade ein Fenster auf meinen Laptop auf für dich. Das ist super. Und jetzt habe ich dich da reingeschüttet. Warum? Bist du unter Ubuntu? Ich brauche eine neue Maus auf meinen Laptop. Ich sehe schon. Oh Gott. Hm. Dann muss ich mal diese unerwartete Pause und gucken noch mal eben, was für Zauberer ich überhaupt gewählt habe bei meinem Droigen. Aber ich sollte die Waldshade mal extra packen. Damit ich, ähm, ich sortiere mal eben meine Zauberer in der Zwischenzeit, glaube ich. Das ist doch mal hilfreich, oder? Oh Mann. Immer. Dann reiche Heilzauber nämlich auf einen Haufen packen. Und die Supportzauber nämlich. Auch. Dann sind oben nur noch die Schadenszauber. Bis auf Guidance. Den lasse ich halt auf erster Position. Beziehungsweise, äh, da packe ich die Wildshape rein. Beschwörung, Beschwörung. Die Cantriffs packe ich mal. So. Cantriffs kommen nach hinten. Erster Grad Schaden, zweiter Grad Schaden, äh, Schadenszauber, zack. Ah. Guck mal, jetzt wird das nach unten kommen, die Cantriffs sind. Alles frisch sortiert. So sieht das doch schon schöner aus. Hm. So, dann wollen wir weitermachen. Äh, ich bin dann mal wieder draußen. Genau. Ich bin jetzt dann auch so in, in einer Viertelstunde unten. Wunder best. Bis denne. Yo, tschüss. Tschüss. Meinst du sie? Oh. Oh, oh, oh. Ja gut, ähm. Ich glaube, da müssen wir doch noch im Moment warten. Weil da ist wohl gerade, technisch was. Was, der Kanada-Dinosus existiert, hat mich von Fegen. So, wir haben ja mal eben, ah, der Mitspieler hat nämlich gerade rausgeflogen. Wir haben wieder die Kontrolle über alle Charaktere. So weiter. Ja, Crashes sind doof. Ganz doof. Ähm, das habe ich jetzt auch gerade durch Zufall gelesen. Unsere Verbindung zum Chat wird hergestellt. Funktioniere. Tablet. Verbindung wird hergestellt, ja. Aber er soll es nicht herstellen, er soll, er soll verbinden. Es soll auch funktionieren. Ja, bedingt geht es gerade. Also ich sehe zumindest meinen Stream, meine Stream-Info sehe ich schon wieder auf dem Tablet. Nur der Chat wird die ganze Zeit verbunden und wird nicht richtig hergestellt. Das ist natürlich blöd, aber wir haben ja gerade sowieso ein bisschen Pause für technische Probleme. Ähm, weil, ähm, ja, ähm, mein lieber, lieber toller Mitspieler ist nämlich gerade rausgeflogen, weil er gezegeflasht ist. Geflasht? Ja, das ist ja auch schon, dass du das, äh, wieder zum Laufen gekriegt hast. Aber, ich muss dann wohl oder übel auf das kleine Handy zurückgreifen. Wieso brauchst du dieses Tablet jetzt nicht? Ja, leider brauche ich es nicht. Es wäre mir lieber, wenn ich es brauchen könnte, aber, jetzt muss ich auf dem kleinen, äh, äh, Handy-Display lesen. Also, es wäre schon schön, aber ich habe da ja keinen Platz und nix. Du kannst mir links vor das Licht stellen. Theoretisch ja, so klein, ne? Aber wir haben keinen, ähm... Wenn du das machst, und dir hier richtig so eine Ecke einbaust, ne? Dann stehe ich auf dem eigenen Raum, Platz, sonst was, drüben, irgendwo. Okay. Ich vertreib's nicht. Nein, nein, ich stelle hier keines mal über den Bildschirm hin. Nein. Dann stelle ich mal, ich stelle die Beide. Ich könnte das gut machen. Ja, bei dir ist der Platz halt anders verteilt, genau, das stimmt schon. Ähm... Ich habe gerade übrigens die Info gekriegt, ich habe Werbung bei mir vom Streep. Ja, weiß ich, ich glaube, ich habe jetzt keine gehabt bei dir. Du hast das noch nicht gemacht. Ja, nee, du bist ja auch, du hast ja auch, äh, abonniert. Achso, Abonnenten haben keine. Genau, die haben keine Werbung. Was waren wir schon mit dir? Weiß ich nicht, aber, ähm... Die Werbung, die Werbung wird wahrscheinlich nicht gekommen sein, weil ich so ein toller, großer Streeper bin, sondern einfach, weil ich ein Spiel spiele, was aktuell... Ja, das ist letztes Jahr in Early Access gegangen. Ja. Ähm... Es ist sehr groß, es ist sehr populär und dementsprechend ist da, wird da wahrscheinlich automatisch Werbung geschaltet. Was für mich natürlich von Vorteil ist. Für unsere, unsere Hauptteilnehmerin im Chat ist ja gar nicht, da guckt die dir gar nicht. Nee, nee, der hatte ich gerade geschrieben. Und die ist ja aber gerade noch live. Nicht auf Twitch. Achso, bei... Nee, sowas ähnliches. Weil der ist sie nicht mehr. Achso. Ähm, aber sie wollte so gegen 22 Uhr, wollte sie um mit hereinkommen. Achso. Die ist ja im Wörterbein, die ist ja irgendwie da Wärmung für dich machen. Mhm. Ich wollte jetzt einfach... Oh, warte mal, da hat sich was im Discord getan. Ja, ja, ich bin da, hallo. Ja, er ist wieder zurück. Was war Gami? Ja, ich hab gerade mal auf die Userliste geschaut und das ist der Nickname, den ich kenne. Achso, den kennst du? Hey, ertappt! Wer ist denn das? Ah, die ist mit ein paar Pen & Paper unten dabei, kenne ich noch aus der Schule. Ah, so. Das ist schön. Das freut mich. Vorausgleich ordnet er das richtig zu. Mhm. Das Problem für mich ist halt gerade, ich musste gerade zweimal hingucken, weil das Tablet will leider nicht. Aus irgendeinem Grund lädt er mir, äh, zeigt er mir zwar den Stream Manager an auf dem Tablet, aber lädt den Chat nicht. Und jetzt musste ich mein Handy einklemmen und mein Handy-Display besteht ja zu 80% nur aus, äh, äh, der Spider-App. Und es ist halt schon schwierig, Sachen zu lesen. Oh mein Gott. War das ja zwischendurch, äh, bei dem Pen & Paper Stream mal reingeguckt, ne? Ja, genau. Ja. Oder was war so deine Einschätzung dazu? Äh, meine Einschätzung dazu ist, ich hab nicht genug gesehen dafür. Ja, okay. Äh, das war so zwischendurch mal kurz. Ja, ich hab ja jetzt momentan halt immer nur das Spieler-Feedback und die sind halt relativ begeistert, sodass wir halt uns dann noch entschieden haben, spontan am 20. noch einen Zwischentermin einzuschieben, vor dem eigentlich geplanten nächsten, äh, Pen & Paper Stream. Ah, das ist doch auch schon mal schön. Ja. Und dass die da halt auch, äh, dann ihren ganzen Spaß haben. Was mich dann auch freut, besonders, wie gesagt, weil ja eben die ganze Story und alles halt, ähm, von mir selbst geschrieben ist. Aber ich hatte erst überlegt, ein offizielles Abenteuer von den, äh, Dungeon & Dragons zu nehmen und das zu machen und zu tüdeln und zu tun. Ähm, dann war ich mir aber nicht ganz sicher, wie das aussieht mit den Rechten und hast du nicht gesehen, ähm, wie, wie ist das alles, ne? Mhm. Und, ähm, wäre wahrscheinlich auch weniger problematisch gewesen, ähm, nicht weniger problematisch als das, was ich jetzt auch tue, ne? Wenn man bei den Spielen und so, ist es ja auch das Gleiche, das ist ja auch ein bisschen problematischer, ne? Wenn man das so will, aber das ist ja auf eine Weise, weise ist das ja auch inzwischen schon mehr Geduld, besser geduldet als alles andere, ne? Ähm, ich hab aber bei, ähm, offiziellen Abenteuern noch immer das Problem, dass ich da nicht so richtig drinne bin, also nicht so richtig mich so reinfühlen kann, weil es sind dann einfach Charaktere, die von jemand anders geschrieben worden sind, der irgendeinen Hintergedanken dabei hatte, den ich eventuell beim Schreiben der Geschichte, ja, warte, Haltung, ne, kommt, äh, ähm, äh, ne, wenn man sowas schon einbaut, so, ähm, auf jeden Fall, ähm, hat er sich irgendwas gedacht bei den Charakteren, von dem ich nicht weiß, also ich hab das Feeling beim Schreiben nicht gehabt und dementsprechend hat man immer so dieses, das ist nicht so hundertprozentig so rüberkommt, wie es eventuell vielleicht sein könnte, klar, man interpretiert das immer selbst so ein bisschen, man soll da jetzt nicht zu viel auf den Schreiberling vielleicht reinsetzen, aber ich hab halt immer so dieses, ich hab die Charaktere da jetzt nicht hingeschrieben und ich muss mir erst mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was wollen die Charaktere, was machen die da und ich, wenn ich dann manchmal so lese, ja, der Charakter bewegt sich so und so, der will das und das und wenn die das machen, dann macht er das und das und jenes und so, man richtig merkt so, da hat sich einer wirklich seine, seine, sein, sein, sein Charakterbild zusammengestellt von diesem Charakter und das schaffe ich immer gar nicht, das so darzustellen und dann fühle ich das immer, dann fühlt sich das für mich immer so an, als ob ich das nicht richtig gemacht hätte, auch wenn die Leute vielleicht Spaß haben und meine, die Charaktere mögen, aber wenn ich selber Charaktere schreibe und selber Abenteuer schreibe, dann ist es von vorne bis hinten meins und es ist alles so, ich warte mal, und dann ist halt alles genau so, wie es sein soll, ich weiß von Anfang bis Ende, wie diese Charaktere zu reagieren haben und es ist dadurch etwas authentischer, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen lebendiger und darum mag ich selbst geschriebenen Kampagnen lieber. Ja, das kann ich nachvollziehen. Der Vorteil von, also ich bin, also der alte, ich bin jetzt aktuell, ja erzähl du erstmal. Okay, ich wollte nur kurz kommentieren, ich bin aktuell auch in der Situation, eine eigene Call of Cthulhu Kampagne zu planen, äh nicht Kampagne, ein One-Shot. Ja. Zumindest. Falls du mitmachen möchtest, bist du eingeladen. Bin ich dabei. Ähm, perfekt, dann sind wir drei Spieler. Ich hab noch gerade eben... Weil eine Gruppe von mir, der viel DM'd, meinte, er hat das noch nie gespielt, so, ja, äh, du hast das nur geleitet, nicht gespielt, das müssen wir beheben. Ja. Äh, ganz kurz, ich muss mal eben mir einen ungläubigen Blick von meiner besseren Hälfte einsammeln, wenn ich dir sage, dass ich mich gerade als Spieler in eine weitere D&D-Gruppe eingearbeitet habe. Hm? Nein, nee, nee, nicht D&D. Äh, nicht D&D, äh, Pen & Paper, entschuldige. Ich habe gerade abkürzend im Kopf gehabt. Und ganz wichtig ist, dass das wird eine Sache von ein bis drei Sessions oder sowas. Ja, genau. Das geht nicht so lange. Genau, das ist halt, das ist eine Sache von ein bis drei Sessions, das ist Ding gelaufen. Dann ist die schon wieder weg. Das ist so nur ein Kurzabitreuer. Entschuldige, aber ich hab ein Pen & Paper, hatte ich im Kopf gehabt, wollte ich auch sagen, aber es rutscht sofort immer D&D raus. Alles klar, ich will übrigens wieder ingame. Ja, super, dann können wir wieder machen, weil du bist ingame bei mir jetzt. Wieso habe ich die Kontrolle über deinen Charakter? Das ist eine gute Frage. Warte, ich gebe dir mal die Kontrolle über deinen Charakter. Bitte. Das ist, glaube ich, etwas besser, oder? Ja. Jetzt bist du so fremdgesteuert. Du bist ja auch noch ein Waldelf. Oh, das passt so super zu meiner Pen & Paper Kampagne, die ich geschrieben hatte. Da war auch am Ende der Waldelf fremdgesteuert. So, wir wollten hier rüber, damit wir bei dem Dorf sind, ne? Ja, ich glaube schon. Dann machen wir das mal eben, damit man hier auch ein bisschen mehr sieht, als nur diese Brücke. Was? Hast du das aufgestellt, damit ich es looten kann? Egal, komm her. Oh, hallo, Bart. Remira. Ich glaube schon, aber ich loote die erst mal. Ach, ne, jetzt habe ich die. Oh, da sind die aus dem... Ja, was mache ich denn jetzt? Ich werde woanders gebraucht. Also deswegen werde ich das jetzt nicht wegskippen, weil ich kenne die noch selber noch gar nicht. Äh, was für ein Auftrag. Ja, also wo ist denn das Loot, ne? Aber das Nachtlied gab's schon mal in der Erinnerung. Ich kann euch zeigen, wo wir umgekehrt sind, wenn ihr sterben wollt. Ja, danke, das nehme ich. Ha, danke, das nehme ich. Ich werde sehr gut auf meinem Weg nach Boulders Gate, wenn du sterben. Ich bin einfach glücklich, dass du das blöde wasser bist. Glückwunschung. Darf ich dir jetzt die Fresse polieren? Ne. Also ich weiß, dass man das von dem auch hören konnte, wenn man ihn davon überredet hat, im Lager zu bleiben. Ja. Ja, aber ich will den ja gar nicht im Lager behalten. Ich bin ja froh, dass der weg ist. Japp. Ziemliche Pfeife. Aber sowas von... Ah, davon ist noch jemand zu looten. Äh, wie machen wir das jetzt? Direkt alle tothauen oder versuchen... Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal speichern mal eben. Also, Kampf oder... Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß, das letzte Mal, als wir da durchgegangen sind, ähm, haben wir uns kampftechnisch sehr gut geschlagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob die denn im Hauptlager, äh, sich nicht auch noch trotzdem noch überreden lassen, wenn wir hier alle kaputt machen. Hm, ich glaube, das sollten sie... Das sollte man tun können, ja. Okay, das sollte man tun können, schreit schon danach, dass wir es ausprobieren müssen. Weil das Problem ist, auf dem Rückweg bin ich immer hier vorbeigekommen und hab das Dorf noch gecleared. Ja, dann können wir es auch direkt machen. Ja, ne, oder? Weil am Ende lässt du die hier stehen. Ja, komm, dann machen wir die direkt. Ich gehe mal rein und gehe direkt auf Konfrontationskurs. Äh, reden oder direkt angreifen? Ähm, musst du wissen. Ach, komm, ich rede einfach einmal, ne, dass wir es schon gesehen haben. Äh, ja, ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Das sollte nicht nur eine sein, das war eine. So, jetzt haben wir Kampf, außer Will, der nicht, irgendwie nicht im Kampf war, so. Ha, könnte man sagen, Will will nicht. Ja, oh, jetzt wollen wir mal gucken, wo sind die denn da? Ah, wie komme ich denn, was mache ich denn jetzt als erstes? Ähm. Ich überlege gerade, welche Tierform gleich am besten wäre. Ob ich hier hochgehe auch? Das ist, äh, ist gerade die Frage. Ich bin gerade ganz kurz irritiert. Ähm, die, die... Also, du bist mit Astarian schon hochgelaufen. Womit ihr gehst du auf die Seite rüber, ne? Ja, weil links gerade keiner war. Ja, ja. Ähm. Aber ich bin, ich bin nicht nah genug dran. Ich überlege gerade, ob ich da einfach zwischen... Äh, schade. Ich kann... Doch, ich kann beide mit einem Moonbeam, glaube ich, treffen. Ja. Das mache ich. Ich mache da einfach einen Moonbeam rein. Und, äh... Guck erstmal, weil jetzt gerade Wildshare bringt mir jetzt gerade so überhaupt nichts. Von der... Von, von, von der... Von der... Entfernung und alles, ja, weißt du? Oh, man, jetzt hat hier nur noch ein Leben. Ich bin Escape. Crit Wars. Aus. Autsch. Ja, ich... Wildshare, glaube ich, gleich trotzdem. Was ist mit ihm? Ach, er schläft. Das ist sein Problem. Äh, meine Fresse. Wo ist er denn da oben? Hm. Jetzt habe ich natürlich... Ich habe keinen Zauber, der, ähm... Auf Fernkampf wirkt da oben. Kommst du da ran an sie? An die ganz oben? Ja. Ja, Sekunde. Invenium, Viam. Ah. Das ist natürlich nicht schlecht. Veneno. Jetzt sterbe ich vielleicht noch nicht in der nächsten Runde. Ja, meine Wenigkeit sieht das auch so. Ähm, ich würde mich nämlich sonst hier einfach zurückziehen. Und erst mal Cure Wounds auf mich wirken. Auf zweiten Grad. Einfach, damit ich meine Leben... Äh, damit ich nicht sterbe. Will schläft noch. Leider. Das ist aber der Nachteil, wenn man jetzt den Menschen dabei hat. Weil diese Goblins sehr viel den, den, äh, Schlafzauber verwenden. Valgami. At Master of Misery. Eine Katzenpfote. Eine Katzenpfote. Hm. Wo ist denn... Da oben ist der... Und hier unten ist der. Leil, ich kann hier sehr witzig angreifen gerade. Durch das Loch im Dach. Ja. Den kann ich nicht verwenden, der bringt nichts. Oh, warte mal, ich könnte die... Kann ich die Schriftrolle mit Strahl der Übelkeit auf ihn verwenden? Ja. War aber klar, dass das nicht funktioniert. Oh, Will ist wieder wach. Woho. So, kannst du jetzt... Eldritch Blast... Ja. Äh, nee, du machst uns nix. Hat er versucht einen Shocking Grasp, oder... Ich hab keine Ahnung. So, dann gehen wir jetzt erstmal mit dem hier hinten ran und fix. Wo ist denn noch der Goblin-Krieger? Ach, da hinten hast du den getriggert. Scheinbar. Dann mach ich mal mit UL Spurken. Hier zur Tür. Rally, das war zu hoch. Aber das ist ja noch ein zweiter, der kommt vielleicht auch noch dazu, ne? Wahrscheinlich. Ja, da ist... Nein, stopp. Oh Mann, das ist jenäßt in die... Reingekommen in den Kopf. Äh, Kampf? In den Kopf. Äh, ja. Dann... Würde ich mal sagen... Ich verwandle mich einfach mal in den DAX. Hab leider keine Bewegungsrate mehr für... Für den Bau. 70% und das trifft nicht. Ich liebe sowas. So, UL kommt mal hier mit rein. Und geht gleich... Ich gehe gleich auf der anderen Seite wieder raus und unterstützt da ein bisschen. Spuren mit unser Schnitz und Schlickerbreck bewegen sich da hin und her. So, weg mit dem. Ja. Ja, ich warte, bis die Züge hier abgelaufen sind, damit ich selber wieder was machen kann. Sorry. Ah, alles gut, alles gut, alles gut. So ist das. Man soll ja niemanden drängen, so ist gehört zum Taktieren ja dazu. Ne? Dass man... Das tut, was man tun soll. So. Mal gucken, ob ich das Viech jetzt... Ungültiges Ziel. Ungültiges Ziel. So, mal gucken, ob ich den jetzt zum Boden werfen kann. Haltung annehmen. Jawohl. Ach, das war's. Der ist jetzt einfach nur... ...liegend. Yay, ich finde den Dax überhaupt nicht... ...überhaupt nicht schön. Der ist echt nervig. Aber ich laufe jetzt wieder mit dem wieder zurück. 70 Prozent. So ist das doch ganz gut. So. Mal ein bisschen looten hier. Ich möchte ganz gerne die Shapeform wieder veränden. Ich finde den Dax nicht gut. Also ich habe hier zweimal ausgetastet. Ich finde den überhaupt nicht überzeugend. Also bis jetzt finde ich den Wolf, die Spinne und den Bär halt tatsächlich am allerbesten. Die drei. Das sind die einzigen brauchbaren, die du wirklich benötigst. Ähm... Die Katze kriegt einen Bonus, wenn es eine Katze ist. Ja, genau. Die ist die nützlichste außerhalb des Kampfes. Sagen wir so. Ich habe jetzt natürlich nur kampftechnisch bezogen. Wir hätten auch noch eine kurze Rast machen können. Wenn du willst. Äh. Nicht so, willst du die lieber aufheben? Ich glaube, die brauchen wir noch nicht. Nee, noch nicht. Achso, ihr darfst jetzt wieder vor. Äh, hab ich... Ich kann dir ein Ding ins Rüber geben. Dann kriegst du auch noch ein paar Leben. Ja, oh, das ist super. Aber ich habe auch noch eine Schriftrolle, gute Bären, ne? Also... Wie ist denn verschlossener Keller? Ähm... Kannst du dir nicht aufschließen mit, äh... Ach, das ist eine gute Idee. Asterion. Lockpacking Impossible. Ah, okay. Und, äh... Die hat auch keine Lebenspunkte. Du wolltest... Ach, du wolltest erst nach rechts rüber? Ich wollte noch den Typen looten, der da drin liegt. Achso. Achso. Oh, hier liegt auch ein alter Schlüssel. Kaltzifiertes Spinnennetz. Ii. Ja, das kannst du angreifen. Und ich vermute, dann kann man da runter. In den Keller. Nicht erreichbar. Kann ich doch... Da bist du runter springen müssen, wahrscheinlich. Kann ich. Aber ich habe auch Schlüssel gerade die Tür aufgemacht. Ich bin gerade runter gesprungen. Ah, viele, viele Wege führen nach rum. Ja, und nur einer wieder raus. Ich fand das jetzt echt angenehm, auf die Art. Oh, da war eine Falle. Die ich nicht gesehen habe. In der Holztruhe. Aber ich bin ja so... Ich habe so ein Talent für Fallen. Ja, ist... Der offene Außen... Ist halt gerade so übers... So ums Ohr geflogen. Hallo. Ach, da bist du. Ich nehme halt alles Mögliche... Ah, hier ist eine Werkbank. Kurzschwert. Ich bin ja der Lootbär, ne? Also... Gib her den Scheiß. Oh, was hast du da gefunden? Was hast du? Du diep. Was? Oh, eine Geheimwand. Ah, komm. Warte mal. Oh, ich muss mal eben Loot verteilen. Weil ich bin zu schwer beladen. Ich mach den mal noch nicht auf. Das wäre sehr... Ja, das wäre sehr lieb. Ich gebe dir noch ein bisschen Diebeswerkzeug nach Asterion und falle den Schärferzett, ne? Aha. Und einfach, weil ich es kann, gebe ich dir noch eine kaputte Laute. Oh, ich weiß, wo wir sind. Du weißt, wo wir sind? Äh, ja, guck mal hier hinten. Warte, hier. Hier vorne diese Wand. Ja. Geh dann mal mit der Kamera hoch und guck durch das Loch rüber. Nein, nicht die, die links daneben. Warte. Moment, Moment, Moment. Ah, ja, genau. Doch, ich hab's ja gesehen. Stimmt, der Stream ist verzögert. Okay, ja, da ist was dabei. Ja. Vielleicht das Loch rüber. Ja. Welche Höhle ist da eigentlich in der Oste? Oh, ich weiß, welche das ist. Das finde ich gut. Das ist gefährlich. Das ist doch unten unterm Brunnen, ne? Ah, ich glaub, ja. Da ist einer der Zugänge dazu. Das wird ziemlich böse da drin, aber das ist doch gut. Äh, willst du quicksaben? Ich wollte es gerade vorschlagen. Okay. Äh, wenn ich gerade in die Wand geklettert habe. Ja, du bist erstmal die Wand hochgeklettert, damit du dagegen... Ah, na guck mal, wo wir hier sind. Oh, welche Überraschung. Eindrucken. Wollt ihr euch vorschlagen. Die Webseite tragen Vibrationen. Da kann man hier unten runter rennen, ne? Ich will hier auch... Lass uns sehen. Also, zerklüftete Fels, da kann man auch runter. Was ist denn da unten? Das Wasser. Ich glaub, das ist, wenn du auf dem Spider-Web draufstehst und das kaputt geht. Damit du wieder hochkommst. Ah, okay. Ja, okay. Macht Sinn. Weil da unten weiter ist ja nur... Okay. Ich geh mal voran. Eingesponnen und das hat die Spinnen angelockt. Ähm, aber weißt du was? Ich mach's denen mal nach. Boah. Ich weiß, aber das ist die ideale Form für... ...diese Netze, ne? Muss man ja sagen. Also, das Eingesponnen zählt ja für mich nicht. Ist das ein... Ist das ein... Ist das ein... Ist das eine Fasenspinne? Noch ein Atterkopp ist da. Also, ich bin ganz... Ich bin... Die Letzte. Die Let... Die Let... Meine beiden sind die Letzten in der Reihe. Yay. Okay. Äh. Äh. Kann ich da irgendwie hoch? Zu hoch. Da ist das. Da sind Spinnen. Also, will ich mich wahrscheinlich hier vorne an die Ecke stellen. Und erstmal nur Schillejagd-Kasten. Das Problem ist, ich hab gestern mit meiner Hauptzuschauerin, wenn wir gleich auch nochmal noch ein bisschen mit dem Eck meckern, haben uns über Knabberkram und Schokolade und sowas geredet. Und dann hab ich gesagt, dass ich halt eigentlich nur Zartbitterschokolade mag. Und zwar, ich war heute Mittag, nach welchem Vorstellungsgespräch hatte, äh, noch kurz eben was zu essen einkaufen. Mh. Und dann hab ich Schoko-Krossis gesehen mit Zartbitterschokolade, die im Angebot waren. Konnte ich leider nicht nein sagen. Verständlich. Ich hab vorhin noch ein paar Streams geschnitten und kam dann zur Kontrolle in die Stelle, wo ich darüber gemeckert habe, dass ich noch so 5 bis 10 Kilo eigentlich runterhaben will. Das ist eine super Kombination. So, oh cool, ich bin dran. Also, ich darf jetzt, ähm, Sachen tun. Das Netz brauch ich hier gar nicht machen, weil, äh, aber ich könnte ja... Sind die, ich weiß gar nicht, sind die Immun gegen Gift? Nö, ne? Nein. Ich hab ihn vergiftet. Sie sind sehr hässlich, aber nicht Immun gegen Gift. Achso, ähm... Ich brauche Dunkelsicht. 56% Chance zu treffen. Oh, sehr schön, du trifft. Aber, ich werde jetzt mal einen seiner Zauberplätze für einen höllischen Tadel opfern. Und dann kommt er hier hoch. Wait. Was denn? Oh, den musst du vorher aktivieren? Okay. Ja, hier ist es so, ich muss die tatsächlich aktivieren. Jetzt hat er den Zauberplatz geopfert und jetzt ist das Ding halt die ganze Zeit aktiv, halt, ne? Ja, das finde ich ein bisschen unschön. Ja, weil... Es ist halt aber das Problem, weil es ja im Kampf durchläuft. Du kannst ja... Er kann ja nicht jedes Mal stoppen und sagen so, hey, möchtest du das jetzt aktivieren? Also, du kannst das halt auch nicht steuern, wer den... Wer den... Äh, das kriegt halt, ne? Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das macht es ein bisschen schwächer. Das macht höllischen Tadel nicht so gut. Achso, ich hab vergessen, bei der Spinne auf Pause zu drücken. Und... Äh, das ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, höllischer Tadel ist dadurch halt nicht so stark. Also, Schaden macht es immer noch, aber es kann halt echt passieren, dass wenn der, ähm... Dulli mit seinen 2 HP vor dem Hauptboss dran ist, dass er den Tadel abkriegt und der Dicke, von dem du es eigentlich gerne einsetzen würdest, ähm, ne? Jetzt hast du dir gedacht, okay, jetzt mach ich auch die hässliche, ne? Die ist schon sinnvoll auf dem Gebiet. Ja. Ja, das ist schon hilfreich. Aber ich glaub, wenn man so ein Druide dann wirklich wäre und sowas, ich glaub, das wär so eine der Formen, die du nie annehmen würdest, ne? Also eher unfreiwillig. Jupp. Die sind einfach sehr viel zu eklig dafür. Ja, das ist halt immer Ansichtssache. Also klar, Spinnen sind schon nicht die schönsten, aber es gibt halt für mich, es gibt halt, für mich gibt's Tiere, die weitaus ekliger sind. Es gibt definitiv Tiere, die ekliger sind. Aber als Popiker darf ich das auch so entscheiden. Und natürlich ist das zum Beispiel. Die Viecher sind so abartig. Boah. Ich find diese, ich find diese Raupen total widerlich, die so, die so, die so ganz viele Härchen drauf haben, die so aussehen, als ob die, als ob die anfangen zu schimmeln von außen. Boah. Weißt du, welch ich meine? Ich glaub, ja. Ja, ist klar, dass ich nicht treffe, du dumme Nuss. Aber egal, ich heil meine Spinne. So. Jetzt müsstest du dir die Gruppe mich ja auch mit vier Druiden vorstellen. Ja, und dann vier Druiden. nennen sie sich in Spinnen. Ja. Bürgerkrieg in der Unterwelt. Was mach ich denn? Jetzt mach ich jetzt Misty Steps mit dem, mit, mit, mit Will und packe ihn noch oben zu der, ja, ich packe ihn nachher oben zu der Spinne, weil ich will den, so. Das ist gut. Nice. Das ist gut, oder? Ne, jetzt will ich ihn noch nicht mehr hoch haben. Jetzt hat er, jetzt hat er seinen Tadel gemacht, ne? Ich bewege ihn jetzt. Der Westert hat es dafür aber vorher schon verloren. Was denn? Der Westert hat es dafür vorher ja auch schon ausgegeben. Ja, für den höllischen Tadel, ja. Ja, genau. Und das für Misty Steps hat er noch nicht ausgegeben, weil, weil ich bei, vor der Aktion abgehalten wurde. Aha. Ich glaube, ich muss für den, für den Sarsower Warlock am Mittloch, äh, am Mittloch, genau, am Mittwoch auch noch Herr de Schubiuk reinnehmen. Ja, jetzt gebe ich mir den nochmal und, äh, dann ist alles gut. Ja, der ist schon, ist schon nicht schlecht, also, ich die Möglichkeit hätte, das beim Malm auch zu machen. Oh, das ist so ein reiner Warlock-Zauber, ne? Äh, ja. Warlocks und Tieflinge haben den. Mhm. Ich möchte hier keinen Feuerfall benutzen. Ich glaube, wir brauchen die Netze noch für Bewegung. Mhm. Ja, aber ich würde nicht wegen einem Zauber nur mir extra einen Tiefling erstellen, weißt du? Das ist so für mich so ein Nö. Ja, schon klar. Das ist halt so ein netter Bonus-Effekt von denen. War das ja auch Power-Play irgendwo, wenn man sagt, okay, nur wegen dem einem Zauber, mal abgesehen davon, Tieflinge können den ja nur einmal pro lange Rast einsetzen. Aha. Das würde mir ja auch nicht passen. Also, ich meine, der Will jetzt ein Tiefling hätte da schon drei Stück von. Ach, ist das pro was? Pro Level oder was? Hm? Nein, nein. Den einen aus der Long-Rast war als Warlock. Ja, jetzt war ich gerade, jetzt war ich wieder gerade, ach Will, ja, genau. Ich war gerade kurz durcheinander. Alles gut. Der ist schon nicht schlecht. Also, der ist auch natürlich zu weit weg. Ja, ja, oder? Nee, doch. Also, manchmal ist Elvish Blast auch gar nicht so verkehrt. muss man ja mal sagen, ne? Ach, der hat ja auch noch seine Schriftrolle Magier-Rustung. Das war nicht so gut. Solltest du dich einfach mal in die Spinnen verwandeln, vielleicht triffst du dann noch besser. Frech, ey. Mut zur Hässlichkeit. Das war das Magic Missile? Ja. Wenn man nicht trifft, dann, wenn man unbedingt treffen will, Mhm. Teleportiert sie sich auch noch weg. Oh, man, die konnte dann aussehen auch nicht mehr ertragen. Das finde ich auch geil, teleportiert sie da hinweg, um sich dann wieder zurück zu bewegen. So. Wie weit kann ich denn springen? Ähm. Komme ich denn da hin? Nee. Warte mal, der ist tiefer. Die ist ja, Mann, ist die weit weg. Ich springe mal bis hier hin. Komm ich zwar, ich komme da nicht ganz bis hin, ne? Das ist echt nervig. Ähm. Ach, ich habe auch kaum noch Leben, habe ich gerade festgestellt. Okay. Äh, 14 Leben hat er noch. Ach komm, das sollte er eigentlich überleben, oder? Ich weiß gar nicht, was die an Schaden machen. Aber das sollte der eigentlich überstehen können. Mhm. Ich kann überlegen, wenn ich mir jetzt noch einen Heiltrank gebe als Bonusaktion, aber... Ach, ja. Nee, 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 der kriegt das helle Bebuken noch und dann die andere Spinne dann und dann ist die auch weg. Sehr gut. Du hast sie zu Tode gefesselt. Was den höllischen Tadel ein bisschen wahrscheinlich nutzlos machen wird. War hier am Ende nicht noch irgendwo die große Mutterspinne? Ja. Okay, davor sollten wir aber rasten. Vermutlich. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn Will seines Bastards hat. Ja. Und sein Leben. Oh, ich war gerade in der Matrix, habe ich gesehen. Wait, in der Matrix? Ja, meine Figur. Die war gerade nicht richtig angezeigt. Oh, ich habe keinen Wild Shape mehr. Ihh, ich habe keinen Wild Shape mehr. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich mache, ähm, wie viel Leben hat die noch? Acht, okay. Dann gehe ich mal zu ihr hin. gucken, ob Donnerwurge Ja, die reicht aus. Nice. Und dann ignoriert das Spiel ja die Regel, dass man nur einen Zauber machen kann. Das finde ich sehr gut. Und deswegen kann ich noch Healing World einsetzen. Was ist denn das Zielpunkt nicht erreichbar? Ach, das habe ich glaube ich ein Brunnen da hinten, ne? Äh, ja, dann ist die noch fertig. Äh, hier brauche ich eigentlich auch nicht. Doch, da unten ist noch eine, äh, die Blase. 94 Prozent. Das sieht gut aus, aber da nehme ich lieber einen Heiltrank. Und wir hatten noch viel zu viel Leben da unten. Fackelt mir aber nicht das, äh, Netz da ab, ne? Das, äh, habe ich nicht vor. Ich komme hier nicht ran. Tja. Ja, das war es auch irgendwie schon. Ich kann von hier aus halt nur das Netz angreifen. Was mir hier noch fehlt, ist eine Funktion für, für eine Ready Action. Aha. Das reicht ja schon, wenn, wenn es eine einfache ist, weil man nur sagt, Ready Action, Angriff halt, ne? Ähm, wie so, ähm, wie das bei X-Komm zum Beispiel ist, so mit dem, mit dem, mit dem, äh, Deckungsfeuer. Jupp. So, ähm, ich glaube, ich bin zu weit weg mit, äh, ihr. und er muss sich ein bisschen bewegen. Äh, ja, komm, mach so viel Alarm, wie du willst. Ach, du bist eingesponnen. Und, deswegen kann ich den auch nicht erreichen. Ja, hm. Schön. Der kann nichts machen. Das war sehr effektiv. Das ist okay. Also, ich habe jetzt hier noch keinen richtigen Sprung aus der höheren gesehen, die irgendwie funktioniert haben. Da gleich. Ah. So. Das klappt aber. Komme ich jetzt mit runter? Ja, ich komme mal mit runter. Und bring mich damit um. Super. Ähm, Rett. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe damit gleich gedacht, dass ich auf ein oder zwei Leben runtergehe, aber das hat dieser Sprung hat zehn Wuchtschaden gemacht. Autsch. Ja. Ähm, also ich versuche mal mit Darf ich bitte aufstehen? Ich glaube, du hast nicht, weil du eingesponnen bist. Wait, ich bin bewusstlos? The fuck? Also, was? Wo steht das? Das steht in der Condition mit drin, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hier steht nur bedroht, liegend und schwieriges Gelände, ne? So, jetzt rechtzeitig geholt wird, ne? Ja, ich habe hier gerade extra den Turn-Best-Modus angemacht. Ach so, deswegen. an den ersten habe ich ja zum Glück geschafft. Ja? Äh, du musst mit Will und dem Charakter noch passen. ach so, entschuldige. Ich habe gerade gesagt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Du stehst die ganze Zeit bei mir und willst was tun und machst nix. Aber du stehst noch einen Meter zu weit, oder was? Ja. So. Ja, ich war noch entfestet. Ja, ich bin übrigens dafür, dass wir ganz schnell ne kurze Rast reinschmeißen. Da bin ich auch dafür. Ja.